Naja, mal gucken. Hasis, wir haben 469 Zuschauer und 225 Daumen. Da geht aber noch was, wa? Oder meint ihr? Bevor ich hier noch weitermache und noch mehr scheiße Spoiler hier. Ist da Licht an? Das sieht nur so aus. Dach schon. Tempo Tuning, moin. Tim, auch wunderschön. Ich meine, ich hab mir extra frei genommen, um hier zu streamen heute. Jetzt hätte ich jetzt vielleicht Starfield gezockt, diesen jetzigen Zeitpunkt. Fabian, moin du. Und Stefan, dir auch einen wunderschönen guten Abend, Alter. Ja, Fiete hat übrigens seine erste Miettour durch, seitdem hier die Instandsetzung war. Also die TÜV-Geschichte und die Schweißerei und sowas, ne? Ja, ich hab mit Holzkunst, Schwarz geredet. Eigentlich nur über das Fernsehen haben wir geredet. Hey, meine Mutter ist auch dabei. Moin Mutti. Warte, meine Mutti können wir mal blau machen. Da erkenne ich meine Mutti wenigstens in den Chat wieder. Haha. Äh. Äh. Was? Oh, Entschuldigung, ich wollte deine Nachricht nicht löschen. Scheiße, da wollte ich das haben. So, zack, jetzt erkenne ich dich. Siehst du, so ein Thema, wo ist meine Mutti? Hier ist es im Chat. Ja, so ein Thema Fiete. Aber Fiete ist wieder am Fieten. Gut gelaufen. Leider ist es aber jetzt vorbei mit Fiete bald. Ist ja wieder Wintersaison und da läuft er nicht mehr so oft, ne? Hier, mein Reifenhaufen ist auch gewachsen. Darf ich mir vorstellen? Die neuen Reals oder die schönen Platinen. Diese typischen ATU-Felgen. Oder die schönen Audi A4-Felgen original. Ne? Oder die hier. Die sind auch so richtig wunderschöne Dinger. Kompressor für Reifen aufziehen? Was? So ein Kompressor. Tim, klingt wild eigentlich. Ich weiß noch nicht, was für ein, aber klingt wild. Ich habe meine Mutti gelasht. Das kann sie aber wieder schreiben. Irgendwie das immer. Ist ja nicht so einfach, ehrlich. Ich habe einen Finger. Der ist größer als dieses Display. So sind wir hier in der Ecke. In der Ecke ist halt für immer an der Ecke. Erstmal Öl gegengespritzt vor Ewigkeit. Sieht toll aus, ne? Total Dekoration. Macht das mal wieder weg. Ne, Adrian? Gut funktioniert. Und noch Trabi-Teile. Da. Alles Trabi-Teile. Wir können auch so den Trabi dazu, wo der im Corsa drin war. Man kennt ihn. So, haben wir noch was? Ein K30 haben wir noch. Aber der hat sich nichts geändert. So hat der Kilometer schon letzte Woche nicht viel geändert. Ich habe ihn einmal gefahren. Momentan ist nicht viel los mit der Kiste. Weil ich momentan nicht brauche. Ich muss Müll wegfahren tatsächlich. Markus 1,1er steht da hinten. Kommt nichts weg. Hanna, das Elektroschlitten steht auch noch hier. Ihr Tesla. Der ist auch am Werk. Ja, haben wir noch. Ihr seht ja, so ein bisschen tüddelig hier. Der Sechser steht jetzt halt hier. Dann steht der Kübel halt hier. Eigentlich hat der andere Kübel da gestanden. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Käfer. Ein bisschen Golf 1 und so. Kennt ihr ja alle schon. Was soll ich euch erzählen. Da. Der Pontiac ist back to base. Aber ich glaube, habt ihr auch schon gesehen. In den letzten Themen. Der ist jetzt schon eine Woche wieder hier. Auf jeden Fall ist er wieder zurück. Und er läuft auch noch. Das ist das Gute daran. Ja, ja, Mutti. Mecker mal. Nur, weil ich den gelöscht habe. Fakt ist auf jeden Fall. Der ist auch wieder am Start. Meine Harley steht immer noch bereit dafür, dass ich irgendwie nochmal reiten kann. Aber der ist aktuell ziemlich scheiße. Ich will hoffen, dass er noch ein oder zwei Mal fahren kann dieses Jahr. Aber er könnte ein bisschen eng werden. Ja, und ihr wollt jetzt noch den blauen Polo Mikado sehen, oder? Fällt mir gerade so ein. So, ne? Die Gucke findet auch gar nicht. Die steht da vorne. Hast du nicht gesehen? Da bin ich gerade vorbeigelaufen. Da. An der Ecke. Die fahre ich jetzt wieder. Aber ich muss die jetzt überholen. Die ist ziemlich im Arsch. Ja, bis ich jetzt vier andere Autos gefahren bin und habe einen Androfite und die Gurke halt nicht mehr so gewohnt war im Alltag, ne? Muss ich tatsächlich sagen, dass das Auto richtig im Arsch ist, Alter. Das ganze Fahrwerk von der Gurke ist komplett Fredde. Komplett. Also ich muss hier, ich muss die Vorderarztstäbe noch tauschen. Also die Wüste hat den Wagen ganz schön gerammelt. Ihr sollt euch vorstellen, hier ist der Mikado. Der geht auch schon so ein Wagenlöhner tatsächlich. Der ist in den Deal mit reingeflossen, in den Gurkendeal. Klingt kum, es ist aber so. Das Coole an dem Mikado ist, dass er keine Frontscheibe hat. Wer mag schon Frontscheiben? Wir finden die Dinger auch voll scheiße. Brauchst du nicht mehr putzen, ne? Schon ganz cool. Und der hat mal einen Unfall gehabt. Der lag mal in Graben und der hat den hier einen Rentner, ich glaube, wieder aufgebaut, wie verstanden hat. Außer halt die Frontscheibe. Der steht dann sechs Jahre lang in seiner Garage. Komplett. Und war auch wirklich gut gepflegt bei dem. Und hier das Interessante an der Gurke ist halt, pass auf, das hier. Ist interessant. Und das ist halt, erstmal guckt man den Innenraumzustand an. Der ist wirklich wie neu, ne? Und der Kilometerstand, ihr seht, der ist auch wie neu. 44.000 gelaufen ist hier, Bude. Der ist ja nix, ne? Und deswegen kommt jetzt hier Kalli am Sonntag und baut mir eine neue Frontscheibe ein. Der hat noch eine liegen, sagt er. Und hier, der auch jetzt hier am letzten Museumstag da war. Habt ihr heute im Video mitbekommen. Und dann geht die Frontscheibe da rein und dann ist der eigentlich wieder fast tüffig. Der ist gar nicht mal so scheiße. Echt. Würde ich nix. Also der ist echt nicht schlecht. Der hat einen Schweller eingedrückt, rechts noch ein bisschen und dann hat er einfach schon TÜV. Hab den schon durchgescheckt. War da ziemlich alte Reifen drauf, tatsächlich. Ich glaube, die sind nicht porös. Aber bei der Lauflauf ist da kein Wunder. Wer macht die Reifen ja hinten schön neu bei so einer Karre, wenn der nur 54 gelaufen hat, ne? Kalli hilft mir immer, Alter. Kalli ist ein total geiler, krasser Typ. Und letztendlich bei Kalli, mir ist da wirklich so, ich zahle tatsächlich nur die Frontscheibe und dann tütteln wir das eben. Und das ist so hammergeil. Also vor allem, ich trau mich da ja nicht ran, ne? Vor allem hilft mir auch immer, muss man ja vorstellen, an den Museumstagen, wisst ihr, wer hinten am Grill steht? Er. Weißt du? Er steht hinten am Grill. Guck mal, letztens gab es hier noch. Ach, da kommen die Fliegen her. Aus dem Sauerkraut kommen die. Und der war noch scheiße, das Sauerkraut. Da stehen wir da ran. Hier, heute haben wir vielleicht die Kamera, Videos gedreht. Kamera liegt da auch noch so rum. Auch total der Hammer, ne? Wenn man so überlegt jetzt, Alter, ich tüttel hier so rum, ne? Hier hinten auf dem Hof, Tor vorne auf. Alter, das sind überall Möcken. Die wollen mich alle fressen. Wo kommen die ganzen Möcken denn her? Alter, das sind tausend, sechs Möcken fliegen hier rum. Die sind mir von draußen gefolgt. Jetzt habe ich dir angemerkt, da sind die weggeflogen. Sind die alle da hinten zum Robo geflogen? Äh, weiß ich auch nicht. Was ist denn Scheiß, ey? Scheiß Möcken. Ja, was sich auch bald ändern wird die Tage ist, dass dieser Lader und dieser Lader wahrscheinlich im Außenlager verschwinden. Damit ich erstmal die ganzen anderen Kisten, die ich jetzt hier, die ich jetzt kriege, ähm, ja, Timmy mit dem Kähleck. Ja, ja, du mich auch. Obwohl er cool ist, aber wie gesagt, das lohnt sich nicht für das Auto. Das ist halt eine Gurke. Ja? Du weißt selber, wer das ist. Aber dein Kübel hat mir viel Freude bereitet, Alter. Bin viel mit gefahren. Ich glaube auch schon 8.000 oder 9.000 Kilometer oder so diesen Sommer in der kurzen Zeit. Da kann man nicht meckern. Was mich hier noch bekommt, das kann ich euch sagen, wenn ihr wollt. Klar, ich habe auch keine Geheimnisse vor euch. Ich habe ihn noch nie gehabt. Also ich bin glaube ich der einzige YouTuber, der geheimnismäßig, sagen wir mal, relativ weit hinten ist. Ähm, äh, das andere Außenlager kommt weg. Ne? Wie immer, letztendlich. Ähm, naja, ich kriege noch den, was wahrscheinlich euch alle freut, äh, ich fühle den Wagen auch, aber ich fühle die Arbeit jetzt nicht so, okay? Die Arbeit ist halt hart. Allgemein, dass der irgendwie schiebbar wird oder sowas. Einmal kriege ich den, den Diploral, den Opel Admiral Diplomatverschnitt, der bei mir hier in der Halle steht, der blaue. Den kriege ich. Der ist in den Tausch, der mit reingegangen. Dann, kriege ich den Theodor Cressida, der kennt ihr ja auch, den will ich natürlich geringer Zeit nach haben, weil ich ja diesen Monat noch anmelden möchte, weil ich ja mit dem nächsten Monat einen Roadtrip fahren möchte eigentlich. Äh, nur der hat noch diesen Monat TÜV, das heißt, das ist der TÜV-Überziehung-Spezial-Rodtrip. Man kennt ihn. Ähm, und dann kriege ich noch einen Wartburg 1-3. Den habt ihr auch gesehen, der letztens gebrannt hat. Den auch, also eigentlich nur drei Gurken, letztendlich, ne? Und Michi kriegt dafür eine ziemlich große Gurke. Ähm, naja, die steht da hinten. Ist lila und er ist voll geil drauf. Seien gegönnt, wirklich, weil er hilft mir ja auch und das passt, ne? Und ich mein, ach so, und der Granada halt, ne? Der steht ja da draußen. Der ist ja auch, der Granada ist ja teuerste Posten, glaube ich, weil einen billigen Granada kriegst du auf dem Netz ja nicht mehr, ne? Warum ich den CSI-Mann, den hier in 6 Jahren nicht fahre? Erstmal, weil der ein bisschen zu schade ist zum Fahren und zweitens, weil das Differenzial im Arsch ist mit dem Ding und der Tacho nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen mal ein Differenzial besorgen und einen neuen Tachotlaus-Sensor. Werde ich den Bläser noch aufbauen? Ja, klar. Wenn ich ihn kaufe, dann müssen wir ihn noch aufbauen, weil der kostet ja auch Geld. Ich krieg den ja nicht geschenkt. Ne? Und ich muss da natürlich ja wieder Geld rausmachen, weil davon leben wir ja hier, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, jetzt nur von YouTube können wir halt nicht leben. In drei Monaten ist Weihnachten, Alter, lass das nachdenken. Fude, denk darüber, denk nicht so viel nach, auch wenn der Name es sagt, Alter. Denk nicht so viel nach. Irgendwo, ich hab das gefeiert, deine Story mit dem C-Kadett und dem B-Kadett und der mittendrin. Fand ich gut. Ja, Gordon, deswegen hab ich Gordon ja mitgenommen. Also wenn ich jetzt Scheiße kaufen sollte und Gordon sagt, du hast Scheiße gekauft, dann ist Gordon schuld. Weil er wäre ja dabei, deswegen hab ich ja mitgenommen. Dafür, ne? Dass er halt mitgekommen ist. Dafür kam er ja mit, damit ich eventuell das Geld spare und die Kiste nicht kaufe. Weil ihr könnt euch vorstellen, so ein Chevrolet Blazer ist nicht unbedingt so dieser Standard-Gurkenkurs, den man sich so vorstellen kann. Weißt du, das ist halt ein bisschen was Teureres. Das mach ich damit. Ich hab doch immer noch 24, der Dortmunder Jungen, aber soll ich mit dem Zweiten? Ja, Vitting ist cool, ne? Aber er hat halt nicht so mega, mega fett Bock auf Videos. Bzw. er hat nicht viel Bock, vor der Kamera zu kommen und so. Deswegen haben wir die Einigung, dass ich alles, was ich kaufe, da filmen kann, aber ihn mit dem restlichen Videokram halt in Ruhe lasse. Er hat da keinen Bock drauf. Was der LKB nächstes Jahr wirklich geben muss, kann sein. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber wenn das Miet, wenn es dieses hier Mautrecht sich ändert, dann tatsächlich muss ich wirklich ehrlich sagen, ja, es kann sein. Also, was soll ich denn machen? Weißt du? Ehrlich jetzt, was soll ich machen, wenn das Ding jetzt das Doppelte kostet? Alter, das Ding, du sagst, das ist ja so schon genug Sprit, ne? Aber da scheißen wir mal drauf. Spritverbrauch gehört bei LKW halt dazu. Das ist wie bei dem K30 oder bei dem Quovo, die tanke ich jetzt einfach und gut ist das. Gehört halt irgendwie dazu, ne? Das Ding ist halt, ihr müsst euch ja vorstellen, wirklich vorstellen, wenn das Mautding da raus ist, dann kostet ein Kilometer mit der Karre oder 100 Kilometer kosten dann mal eben so an Maut, was hat das? 80 Euro? 1,40 Euro pro Kilometer? Weiß ich gar nicht. Ähm, anderweitig überlege ich tatsächlich, man kann auch ein bisschen was tüdeln noch damit, weil du darfst nämlich in Niedersachsen gewerblich mit H-Kennzeichen fahren. Das heißt, man darf Gewerbefahrzeuge auch mit H-Zulassung anmelden. Das ist bei uns, du siehst so. Und das will ich überlegen, vielleicht, ob ich dann einfach das Ding einfach in H-Kennzeichen draufnagel und dann kann ich wenigstens, wenn ich unbeladen bin, beladen bezeichnet also trotzdem Maut. Aber wenn ich unbeladen bin, kann ich dann vielleicht sogar noch Maut freifahren. Das heißt, den Hinweg kann ich mir sparen. Rückweg kostet halt meistens Kohle, aber das ist mir so ein Anhänger hinten dran dann, wenn ich ihm was wirklich ziehen wollte. Den Lada, welchen? Ich fahre beide nicht. Die stehen beide ja hier nur rum eigentlich. Das sind beides keine Fahrautos, sondern Stautos, Stehautos. Obwohl den Braun, der bei Marco war, habe ich vor, tatsächlich zu machen. Ja, Rainer, Weihnachten ist scheiße bei dir. Vielleicht machen wir dies dann eine Weihnachtsfete oder irgendwas. Weil das Geburtstagsding, also ich veranstalte jetzt meinen Geburtstag im 1. November übrigens nichts, dass du Bescheid wisst. Das ist mir momentan zu viel Scheiße auf einmal. Ich habe den Kopf sowieso komplett voll. Ehrlich jetzt, ne? Aber vielleicht machen wir zu Weihnachten noch was. Community-Event oder irgendwas. Machen wir das Museum nochmal offen und dann machen wir so einen Weihnachtsmarkt oder so. Wer Bock hat, schreibt mal rein. Wie gesagt, ist interessant. War so eine Überlegung von mir. Weil wir machen ja das Gurkenmuseum, mache ich übrigens auf, nee, mache ich zu, Anfang November. Das heißt, ich glaube am 30. Oktober ist der letzte Museumstag dieses Jahr. Und an diesem letzten Museumstag lade ich übrigens alle ein, die schon mal ein Auto bei uns verkauft haben, einen Speedshop und hier den Gebrauch mitzubringen, weil die kriegen separaten, alle Speedshop-Gurken, die mal verkauft wurden hier, kriegen sozusagen einen separaten Bereich. Das war so meine Idee. Und dann kann man die nochmal alle bewundern. Was gehalten hat, was nicht gehalten hat, ne? Das feiere ich so ein bisschen. Und ihr wolltet, ihr wolltet auch alle drauf. Was für den Dingern fährt noch? Außer der Whisky-Wasser-Typ. Ja gut. Hätte ich auch auf den Schrott geschmissen. Der ist selber schuld. Letztendlich, man. Hätte ich den Kasten nicht auf den Schrott geschmissen, der hätte mich doch anrufen können, hätte ich ihm geholfen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann ja kein Wunderauto reparieren. Vorletzten, letztes Museumstag. Klingt gut, Daniel, Alter. Wie gesagt, und übrigens hier für euch als Warnung, 1. September, also dieses, nee, 1. Oktober, also diesen hier Sonntag jetzt, ne? Diesen, der jetzt kommt. Ist ja wieder das Museum offen und an dem Tag ist der D-Max-Tag, dass das Kamerateam wirklich da, nicht übernetzt, aber es ist da und ist nicht da. Also da haben wir diesmal Fernseh, Fernseh-Klaus. Wer seine Gurke nochmal irgendwie im Fernsehen sehen will und eine Chance haben will, könnt ihr nutzen, ne? Wer Bock hat, wer weiß das schon, ne? Neuen Lüfter-Modor, oh, Ingo, klingt gut. Diese liegt bei 1,80, mir egal, ja, diese liegt nächstes Jahr mindestens bei 1,90, 1,95, diese scheiß CO2-Umlage. Wie gesagt, die machen uns jetzt die Taschen leer, ne? Hasis, 570 Zuschauer, 341 Daumen. Das da, tut nicht weh. Warst du in der Ecke Enten, warte mal, bin mir sicher, warst du was, nein, 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 das ist der Entendoktor. Der heißt nicht Max, der heißt Björn, aber ich weiß, wen du meinst. Mit ohne Ludus, ohne Ludus, der hatte ja keinen Bock. Ab wie viel Uhr kann man zum Museumstag kommen? 11 Uhr machen wir auf. Von 11 bis 17 Uhr. Was fuhr doch aus den Golf-2-Scheiben? Scherben. Der ist endlich vorhin daraus Scherben. Die haben wir klein gehauen, die ganzen Scheißdinger. Die gibt's nicht mehr. Eigentlich dämlich. Ich weiß, wenn der Mond auch schlimmer hat, mit Ludus und LKW gelernt. Ab zweieinhalb Tonnen. Ja, warte mal ab. Was ich auf jeden Fall jetzt gelernt habe, was ich im letzten Stream angeteasert habe, mir Sorgen gemacht habe, Pkw mit Trailer ist mautfrei. Sofern das Zugfahrzeug unter dreieinhalb Tonnen wiegt. Also da sind wir schon mal, also Pkw und Trailer geht immer noch. Also Abschleppwagen könnte ein Problem werden, aber das passt schon mal. Wisst ihr Bescheid. Wolle, ja, genau, das ist aber, der hat immer auch, der gibt's immer noch einen Entendoktor. Die Halle ist auch noch voll. Aus der Entendoktor-Halle stammt zum Beispiel mein Plymouth, mein Satellite. Den hab ich da rausgeholt, der stand da eingelagert. Der K-30 muss wieder etwas ran. Dann rein theoretisch, ja. Den grünen VW Passafen, Michi noch, nee, haben wir nicht im Deal drin aktuell. Handwerker-Lkw. Ja, Otti, kannst du mal erzählen, zählt mein im Werkverkehr fahrender Lkw, der nur für mich fährt, nicht für andere, als, als hier, als, als Dings, hier als, als Handwerker-Regelung oder nicht? Eigentlich transportiere ich ja auch nur Autos von A nach B damit. Ist ja ungefähr so wie so ein Handwerker, der dann Werkstatt durch die Gegend transportiert, transportiere ich meine Verkaufsware damit durch die Gegend. Ja klar, habe ich Zeit für meine Besucher. Immer. Dann wird dem auch sich viel daran ändern, wisst ihr doch. Also alle, die im Museum schon waren, die wissen, wie das hier läuft. Letztendlich benenne ich immer so gut wie ich kann Zeit für alle. Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Also manchmal hat man vielleicht ein paar Dinge, wo ich mal eine Stunde verschwunden bin, weil ich irgendwie mal irgendwas habe, aber eigentlich geht das. FWK müssen sich von der Scheibe frei sein. Weiß ich nicht. Also ich bin früher auf Werkverkehr gefahren mit Betonwagen, also auch nur für die Dingsen. Deswegen letztendlich musste ich dann den Fahrerkader reinschmeißen. Okay, fahr eh mal Tachoscheibe. An die Kopf sich anhalten, kann das böse werden. Ich habe schon mal eine Kontrolle gehabt mit dem LT damals, weil ich Schwein gehabt, dass ich eine Tachoscheibe drin hatte. Schwer. Das Witzige bei dem LKW ist übrigens bei dem hier, bei dem hier, Mercedes LKW, bei den 817, die Tachoscheiben, die da drin liegen, sind auch die originalen von der Auslieferung. Weil er vielleicht in seinem ganzen Leben zehnmal bei Tachoscheiben gefahren ist, weil er früher noch ADAC gefahren ist. Ich weiß das nicht. Wie gesagt, das mit diesem Dingsen-Thema, mit dem hier, mit dem Maut-Thema ist ein bisschen unerschlossen. Ich muss eh noch mal die nächste zur Fahrschule und meine Module, ich muss noch zwei Module machen, damit meine 95 die endgültig abläuft. Weil die würde ich aber halten, sicherheitshalber. Astra FM Export, war kein Problem, Riederm, weil ich kannte den Export-Händler halt. Ich arbeite mit dem öfters und dann geht das. Wenn du einen kennst, geht das, sonst kannst du das nicht machen. Hast du recht. Fahrwerkverkehr, Karte muss rein, gibt nur ein paar Ausnahmen. Deswegen, glaube ich auch. Moin Stevie, der Blonde, wunderschön. Griechenland Kiff, läuft bei dir, schön warm, wa? Kaufst du auch mal wieder Tachoscheiben? Ja, hab ich doch. Hab ich ja da. Aber das ist der Gag daran. Momentan nutze ich noch Tachoscheiben, da steht nicht 2000 drauf, sondern 1900. Neuer Lkw, was? Neuer Lkw, kannst du, kannst du bitte sägen? Was, Martin, meinst du, Alter? Zeigen kann ich dir, aber sägen kann ich nicht, weil ich brauche den ja noch. Wenn ich jetzt säge, ist schlecht. Ne, ich muss ein zweites Volumen machen. VW-Busse oder Vitus sind mir zu teuer, Dortmunder Junge. Ich kaufe meistens bis 500 Euro Autos an. Mittlerweile kaufe ich auch schon bis 1000 Euro Autos an, weil die gut sind. Da ist jetzt kein Bus drin, Alter. So ein schrottiger T4-Bus kostet mittlerweile 1,5. Oder ich kaufe ihn halt nicht, weil T4-Busse am meisten scheiße sind. Ich meine, ich wollte noch an meinen Bus denken, wie scheiße der immer war. Also, wisst ihr, was ich meine? Übrigens hier. Da ist der Lkw. Mutti, mein Wohnmobil definitiv nicht. Junge, Mutti, wie ein Gurkencamper. Also, ich sag dir, wenn du Bock auf Pannen hast, ist das genau deine Karre. Achso, und der da, der hat, der tötet Menschen, wenn du mitfährst. Ich habe auch ein anderes Wohnmobil, aber das ist halt der Pannenkönig. Ja, ne, Lkw, aber der macht einen guten Job. Ich bin mit dem Lkw sehr zufrieden. Der ist übrigens auch gewissermaßen ein Wohnmobil, ein 7,5-Tonner, darf vom Führerschein sogar fahren. Fährst mit dem Lkw hier einfach los, und holst noch ein paar Autos nebenbei für mich und dann kannst du mal darin campen. Guck, da, guck, kein Problem. Ist ja im Bett drin. Ist das Gleiche. Laut Google, oh, mich hält das aus. Fahrtenschreiber, Handwerker gelungen, heißt, handwerken als Steuerbesch. Alter, Fahrtenschreiber ist drin, Handwerker gelungen, heißt das mal mehr Handwerken. Da bin ich ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja mehr in der Werkstatt oder halt hier im Laden, als wenn ich Autos hole. Aber ich muss da mal hinterher gehen. Alter, vielleicht ist das auch nicht möglich. Vielleicht spare ich mir das olle Hakenzeichen dann. Obwohl, der mag vorher eins kriegen, das ist gar nicht mal so scheiße, der Lkw. Kann ich mich nur auf Bundesstraße berufen, mauflich Lkw, dreieinhalb Tonnen, wird die mauflich das... Also die Frage ist jetzt, wir diskutieren gerade, ob mein Lkw, den ich hier habe, mal siebenhalb Tonnen, als Handwerkerfahrzeug läuft, weil der ist ja, eigentlich ist es ja mein Handwerk, die Gurken durch die Gegend zu transportieren damit, die ich halt selber schraube und verkaufe. Weil ich nicht für andere transportiere. Ich sage, kein gewerblicher Agileverkehr, weil ich es nicht so richtig. Weil ich arbeite ja nur für mich selber. Darf ich auch gar nicht für andere transportieren, ne, letztendlich. Übrigens, habe ich vorstellen, ein Quomweg. Ähm, ja, äh, nee. Hier, Polo, guck mal den da. Oh, die roten Nummern sind auch dran. Habe ich heute verkauft. Ich sage ja, irgendeinen habe ich geholfen, Fahrtreiberpflicht, Fahrtenstreiberpflicht, alles im Blick, habe ich heute verkauft, den Polo. Ähm, kann ich auch sagen, wie viel. Habe ja keine Geheimnisse. Für 950 Euro. Ne, also, hat irgendwer für zwei Jahre TÜV eine billige Karre gekriegt. Als irgendwer. Der Wagen geht an die Pappen, Papas. Klingt komisch, ist aber so. Deswegen, fand ich dauerhaft. Ne. Auf jeden Fall hat der, hat der sein, sein Leben, sein Leben jetzt wieder vor sich. Der kann doch mal zwei Jahre durch ihr Gegenkondeln. Als Winterauto für den Seat Cupra-Fahrer. Das ist der von Elvis, der zweite von Elvis. Schon abgeschlossen. Gut, der ist auf Verkauf, das soll ich noch nicht abschließen. Und hier, der neue in der Flotte. Kennt ihr noch den grünen Passat, heute aus dem Video? Guck mal, hier seht ihr den schon mit nagelneuem Tisch stehen. Das ist ja, das ist ja mal eine Zeitblase, wa? Junge, Junge, Junge. Plötzlich steht Passat mit nagelneuem Schiff zu verkaufen. Läuft. Können wir gucken. Da, hab ich gerade erzählt. Einer für das Fensterheber, bevor wir ihn rausgeben. Weil der ist noch in den Arsch. Der hat nämlich den Nacken abgemacht heute. Neuer Fahrerfensterheber kommt da noch rein. Und der hier kriegt noch von, ach so, so ein Plastik von unten noch locker, will ich noch heile machen. Und, und, ja, scheiße. Eben hab ich noch gehabt. Ich hab aufgeschrieben, liegt da drin. Das soll ich jetzt große Raumtübeln. Auf jeden Fall, der ist ganz cool. Das hat doch noch einen ganz soliden Eindruck am Ende, wann der hier gegennagelt. Ja, diese Dingsen, diese Abdeckung wäre natürlich der Hammer, ne? Wenn ich die noch mal kriegen könnte, bei Udo oder so, aber abwarten. Einige, was scheiße ist, die Reifen vorne sind von 2008. Die sind ziemlich alt, aber nicht porös. Also, je nachdem. Ich würde die noch fahren. Ja, Grünspann ist weg. Das Auto war selber solide. Zahnriemen 2020, neu gemacht bei dem Auto. Ne? Ähm, letztendlich. Was soll man da machen? Alle, Querlenker vorne neu, diese ganze, Mehrlenker vorderachs, scheiße, haben die alles neu gemacht bei der Karre. Die haben sie nur abgemeldet, wahrscheinlich wegen der Frontscheibe. Und die haben sie wahrscheinlich, denke ich mal, auch abgemeldet, weil der hier, äh, ja, weil die hatten Dacia Duster jetzt fährt. Einen Hohn halt. Nudels, ich habe keine Ahnung, wann die haben wir gekommen. PS4 kam übrigens nie bei uns. Alter, Frosty, ich danke dir, Alter. Finger, siehst du, das ist der Dankfinger. Ich danke dir für 20 Mark, Wirklich, Dankeschön. Kalli ist der Hammer. Kalli, der kann das auch, der kann dir auch so in der LKW-Scheibe da mal eben reinsetzen. Also ich, kein Problem, alles was Glas ist, kennt er sich mit aus. Sonst kann ich die roten auch brauchen. Ja, ja, ich weiß, Peter. Ah, die roten sind gut. Ja gut, du musst den Gewerber anmelden, das lohnt sich meistens dann nicht. Die grünen Scheinwerfer passen gut zum Lack. Ja, blaue Leuchten sind doch auch cool. Und die grünen Scheinwerfer fand ich auch gut, das stimmt. Ja, der Wagen war halt, ich habe den Wagen halt gekauft, weil ich gesehen habe, dass dieses Auto wirklich gut ist. Nudelschwein, ich habe noch nie in meinem Leben ein Playstation-Video gemacht. Noch nie auf dem Playstation gezockt. Wie soll ich denn mit einem Stream auf dem Playstation zocken? Das geht mit dem PC, Alter.